Der billige Schrock jedes Mal. Ich hasse das. Was zum Fick ist das? Wieso ist da ein Furt von einem Fremden drauf? Ich fasse es nicht. Oh, kostbare Wildsammlungen. Absolutely wild. Bio-Birkensaft pur. Natur trüb ohne Zuckerzusatz. Oh, das ist kein Chinaschrott. Nein, das ist hier vom Butni um die Ecke. Ich frage mich nur, wäre es interessanter, darüber heute zu reden oder... Darüber. Ja, wahrscheinlich darüber. Fuck. Das schmeckt wie Baumrinde-Lutschen. Hey, ihr Kellerbräune-Flavor-RGB-Licht-Flow-Huldigen-Krüppel. Und willkommen zu einem neuen Chinaschrotten meinerseits. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann habt ihr sicherlich meinen letzten Post verpasst, in dem zu sehen ist, dass jetzt die letzten Lieferungen zum Thema Chinaschrott zack, zack angekommen sind und meine Kiste mit Schrott noch nie so gut gefüllt war wie jetzt. Also freut euch schon auf die nächsten Tage und Wochen, wenn es um Schrott geht. Und nächste in der Runde ist dieses Ding hier. Und zwar, Moment, beim Shoppen bin ich nämlich auf dieses wunderbare Ding hier gestoßen. Und zwar das billigste Notebook, Notebook, tatsächlich mit Windows drauf, das ich finden konnte. Denn es gibt viele Dinge, beziehungsweise Tablets mit Tastaturklappe und so weiter bei den einschlägigen Chinaschrotthändlern, die noch günstiger sind, aber dann läuft da vielleicht nur Android maximal drauf. Aber nein, ich wollte das günstigste, billigste Notebook haben, mit dem man vielleicht auch Windows-Programme installieren und öffnen kann. Und dann fand ich dieses Ding hier. Und zwar für 132 Euro, reduziert von 1335 Euro. 2020 Latest Professional 10.1 Zoll Windows 10 Notebook mit Quad-Core 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Festplatte. Mini-PC, ultra-thin-Computer und das Ganze minus 90 Prozent. Und was bekommt man? Das. Ich erwarte das Schlimmste, aber hoffe das Beste. Wobei, tue ich das? Nein. Netbook 10.1 Zoll. Auf der Oberseite nix. Rechts nix. Links nix. Und nix. Und Rückseite. Netbook 10 plus ... Punkt 1 Zoll. Lass aufmachen. Wieso ist das immer ... Oh Gott. Wenn ich so eine Dinger schon sehe und spricht es, dann schreit es nach Qualität. Propriotäres Netzteil. Und? Oh, oh, das ist aber großzügig eingepackt. Oh, was war das? Oh. Please read the manual before using the notebook. Okay. Ah, hier steht ein bisschen was. Okay. Eins, Leerzeichen, Punkt, kein Leerzeichen, Front, Kamera, Binnenstrich, Webcam. Use this camera for your video calls or to take pictures. No shit, Sherlock. Nummer 2. Screen. The touchpad lets you enjoy the features of a mouse. Head. And microphone jack. Head? Ist das Ding von 1998 oder was? Oder für Boomer gemacht, weil so reinstecken, so anmachen und that's it. Der Rest, guck im Internet nach, du spaßt. Ist das? Oh mein Gott. Oh ma ... Es ist pink, aber nicht schön pink wie das Razer. Es ist ... Es ist ... Oh mein Gott. Und es wiegt, es wiegt nichts. V-Tech-Computer? Äh. Auf der Oberseite nix. Auf der Rückseite nichts. Auf der linken Seite ... Anschluss zum Laden, USB 3, HDMI-HDMI-Anschluss. Und rechts, MicroSD, Head-Anschluss und USB 2. Oh, Lautsprecher, die sind bestimmt quality very good. Kann man's auch mit einer Hand aufmachen, wenn es normal auf dem Tisch liegt? Da, 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 da. Nein, natürlich nicht. Wieso kann einfach kein papieres, billiges Notebook mit einer Hand aufgeklappt werden? Warum ist immer dieses Scheißscharnier so eine billige Scheiße? Hä? Äh, ah, fuck. Oh, man kann's wieder so schön überdehnen. Hallo? No, no, don't touch me there. This is my No-No Square. Nice. Jesus Christ. Tipp mal ein bisschen drauf rum. Hallo, du kleiner Arsch. Ausrufezeichen Enter. Vom Tipp gefühlt tatsächlich so wie Notebooks aus der Steinzeit. Und so klein, dass ich gerade mal so mit meinen Fingerspitzen da drauf komme. Aber die Gefahr, sich zu vertippen, wenn man doppelt tippt, ist schon relativ hoch. Ich weiß nicht, für meine Hände ist absolut nichts. Ich bräuchte mindestens solche Tastengrößen. Nun gut. So rein von der Verarbeitung her, das ist halt, wow, zu doll niesen. Und das Ding bricht auseinander. Es besteht praktisch nur aus Plastik. Ich würde mich nicht wundern, wenn auch der Akku komplett aus Plastik bestehen würde. Nun, mal gucken, was man mit dem Ding so machen kann. Lass uns mal anschalten. Intel. Wieso ist es so? Warum nicht so? Wieso? Soll man das so benutzen? Im Buchformat? Oh, ich hasse es jetzt schon. Administrator. Jetzt ist das Bild auf einmal so. Das ist aber sehr freundlich. Jesus Christ, das dauert lang. Das Interessante dabei ist natürlich immer, dass man es gar nicht einrichten muss, sondern man macht es an und schwupps ist alles fertig. Es scheint vielleicht eine Windows-Lizenz zu sein, die nicht ganz so legal seinen Weg da drauf gefunden hat. Hm, wer würde denn hier Böses vermuten? Wenn man mit dem Finger auf dem Touchpad da rumswipet, dann hat die Maus noch so einen ganz sanften Nachzieher. So einen Mini-Delay. Als ob... Oh my God. Klick. Hallo. Klick. Ah, Front Photo Resend Files. Hallo? Was ist das? Das ist... Das ist nicht von hier. Your Windows-License will expire soon. Ich hab... Ich hab doch grad... Wie kann das sein, wenn ich gerade erst mein frisches 100... 1.000, 300 Euro Notebook ausgepackt und angemacht habe? Wieso ist meine Lizenz schon weg? Da hat wohl jemand, der das Ding vorher schon ausgepackt hat, in der Schiederfabrik einpacken musste, ganz zufällig ein Foto gemacht und gesagt, oh, mal gucken, ob die Kamera funktioniert. Beziehungsweise vielleicht hat jetzt jemand schon vorher und hat aus Versehen beim Masturbieren zu spät gemerkt, dass die Kamera noch an ist und dann war schnell den Bildschirm weggepackt. Gott, wieso ist da ein Foto von einem Fremden drauf? Ein bisschen Birkensaft zum Beruhigen. Wobei ich muss zugeben, der Bildschirm... Oder das Scharnier knackt zwar wie Sau, aber er erinnert gar nicht so schlimm an die gute alte Zeit, in der man die Bildschirme noch hochklappen musste, um in dunklen Passagen auf illegal gecrackten Filmen etwas sehen zu können. Das ist tatsächlich ein Display, das sich für diesen Preis sehen lassen kann. Manche portable Konsolen, ich meine aber nicht die Switch, haben ein definitiv schlechteres Display als dieses Ding hier. Von daher Props für das Display. Lass uns mal gucken, was wirklich drinsteckt. Da kann ich mich ja glücklich schätzen, keine 1335 Euro dafür gezahlt zu haben. Jetzt fragt man sich natürlich, was kann man mit sage und schreibe 32 GB internen Speicher beziehungsweise noch verf***te 13 freien GB auf so einen Kackding machen. Die Antwort ist ganz einfach. Nichts. Denn man weiß nicht, was bei diesen schon vorher installierten, gecrackten Windows-for-Backdoors von irgendeiner Firma von dort drüben drin sind, die dann, wenn ihr fleißig all eure Dinge da installiert und Daten eintippt, dann schön nach Hause telefoniert werden, damit die dann Identitätsdiebstahl machen können. Und wahrscheinlich irgendwelche gecrackten Konten, Lizenzen und bla dann auf das nächste Gerät spielen und verkaufen können. Für viel zu viel Geld immer noch, obwohl es immer noch billiger Schrott ist. Lasst euch das ja f*** mal gesagt haben und hört auf, eure sensiblen Daten auf so einen Schrott einzutippen. Weil es gibt immer noch genug Leute, die sich scheiß für viel zu viel Geld kaufen. Wenn etwas extrem billig ist oder sogar umsonst, dann zahlt ihr nämlich mit etwas, das unbezahlbar ist und zwar euren ver***ten Daten. Aber ich will ja mal nicht so sein. Wir gucken trotzdem, was man vielleicht mit diesem Ding noch machen könnte. Nehmen wir doch mal eine Speicherkarte, die ich danach definitiv wegschmeißen werde. Guck mal, guck mal. Ah, aua. Guck mal, bisschen lauter, Mann. Guck mal, bisschen lauter, Mann. Oh, ist schon auf 100%. Wow, dann sind die Boxen ja echt scheißdreck. Dieses verschließene Mauspad, das gleitet so hin und her. Man kann damit nicht mal was vernünftig treffen. Wow, immerhin, das ist ja weird. GoPro-Aufnahmen lassen sich damit fast flüssig abspielen. Schade, nur dass der Ton scheiß ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, sogar direkt vor der Speicherkarte. Wow. Oh, ja, Chica-Bilder sind hier drauf. Oh, wer erinnert sich noch an dieses wundervolle China-Schrott? Man kann ja auch die Bilder laden. Oh, okay, das dauert ein bisschen. Ist ja sonst noch irgendwas Perverses drauf, was jemand vergessen haben könnte oder so. Äh, äh, was? Win 10 Jungwang Winping Kirchow. Checking Network, check if network is open. Oh, bestimmte creepy Gehack-Software oder so, dann gehe ich mal wieder über meinen Hotspot rein. Checking Network, please wait. Trying Server, Key Management Service. Key Management Service Machine Name set to blah successfully. Oh, ich dachte, ich hätte jetzt, oh, schade. Ich dachte, hmm, Windows is activated using your organization's activation service. Nice. Wenn illegale Tools schon bei den China-Schrottdingern mitgeliefert werden. Oh, geil. Das heißt, jetzt kann ich mich richtig austoben und alles mögliche installieren. Womit fange ich an? Portobello. Hmm, ja, leckere Vitalpilze kaufen. To, äh, wieso? Nicht mal diese illegale Scheiße von denen funktioniert vernünftig. Das Ding hängt, jetzt ist das Internet abgekackt. Funktioniert diese Scheiß-WLAN-Anbindung nicht? Oh, finally. Okay, was haben wir denn da hier? Oh, nee, wenn ich Bullshit sehen will, kann ich auch einfach Twitter aufmachen. Was haben wir noch? Kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Es ist beim vollen Scrollen, muss er noch mal laden. Was zum... YouTube-Comm is not responding. Dieses Scheiß-Ding ist nicht responding. Und wenn nicht mal Seiten wie YouTube funktionieren, dann können wir ja schon sehr viel über die Performance lernen. Kann ich nicht, Inge, ich will doch nur ein Scheiß-Stück Musik abspielen. Nein, Kack, die wäre doch einfach nur ein Scheiß-Stück-Musik. Es kann doch nicht so schwer sein. Der billige Schrott, jedes Mal ich hasse das. Immer noch für viel zu viel Geld zu der Kacke verkauft. Arme Leute, die es nicht besser wissen, denn abzocken mit seinem Scheiß. Oh, Mist. Werden nicht, ist eh nur Schrott drin? Oh, als hätte ich dafür jetzt eine Muße. Aha. Was haben wir da so? Zwei billige, poblige Kack-Lautsprecher. Zwei... Ich fasse es nicht. Zwei Gewichte. Zwei voll in Gewichte. Komm schon, krass. Das ist im Grunde der ganze Computer. Sieht aus wie ein zusammengestampfter Raspberry Pi, weil alles dann so eine Ebene ist. Für das Geld lohnt es sich eher ein Chromebook zu besorgen. Oder dann vielleicht nochmal 50 oder 100 Euro drauflegen und hat man wenigstens so ein ganz schrottiges Office. Notebook, was aber wenigstens Hand und Fuß hat. Das hier ist pure Scheiße.